Bitte setzt euch. Ich war noch blutjung und hatte ein Casting für ein Musical. Es war ein Musical über Katzen. War es Cats? Das spielt keine Rolle, Charlotte. Ich versuch was zu erzählen. Bitte hört zu. Danke. Jedenfalls, am Tag als das Casting war, trug ich Boxershorts. Unter Wäsche mit Katzen wie im Theaterstück. Fühl mich ganz kein zurück und wurde gleich besetzt. Was heißt besetzt? Das heißt, er wurde genommen. So war es wie ausgewählt in der Harte. Verstehe, verstehe. Seid ihr jetzt fertig? Darf ich mein Herz ausschütten? Jedenfalls. Ich miaute, miaute und miaute, als hätte ich das studiert. Miau, 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 miau. Und ich hab mit einem Puschelschwanz das Casting absolviert. Haben Katzen Puschelschwänze? Ja, deswegen ziemlich unwahrscheinlich. Hoppelhäschen, Hoppelhäschen, Hoppelhäschen. Was soll denn dieses ganze Geschnattern? Uns ist nur klar, was daraufhin noch gleich geschah. Ach, das ist nicht so klar. Die Rolle bekam dann ein anderer, der dafür besser war. Und desto trotz... Das ist kein Wort. Seit jenem einen Tag, hab ich ein Hassgefühl auf Musicals. Wer uns mit Gesang verflucht. Du weißt, es ist Frankini. Ja, ja, das ist doch besser auch. Ja, ja. Und Frankini. Oh Gott, ich hab kein Projetohl. Besser die Ohren sehen. Okay. Mhm. Ich bin's. Nein. Ich bin's. Ich bin's.